So, ein freundliches Hallo an euch da draußen und weiter geht's mit Battlefield 3. So, los. Okay, 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 ich bin da. Ich gehe mal auf eine andere Seite. So, du bist weg. Was war das denn? Bist du unten gescheitert? Du bist gestorben. Muss ich jetzt wieder von? Ah, ne, gut. Oh, blablabla. Ja. Gut. Wir müssen nach Hause gehen, um nach dem Flugzeug und nach dem Plastat zu gehen. Ach, soll ich jetzt wieder woanders hin? Kirill, mit mir! Nee, doch. Ups! Scheiße! Zwei auf denen, die haben wir nicht vorbereitet. Scheiße! Gut, dann halt noch mal. Alter! Es reicht! Mann! Nervennahrung. Ich weiß, da kommt noch einer. Das weiß ich. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, da kommt noch ein Schlafen. Ich weiß nicht, da kommt noch ein Schlafen. Ach von da mal wieder, na toll. Gefällt mir nicht, gefällt mir ganz so gar nicht. Fragt, wie ist das Leere? Alter! Ey, ich war noch an der Hausmauer. Wie kann der mich denn abschießen? Das geht doch gar nicht. So, wechseln. Wechseln. Ey, ich war noch nicht im Ausflug. Ey, ich war noch nicht im Ausflug. So. Das war ja gerade noch einer. Was ist das, was wir? Granaten. Drei Stück! Scheiße! Hab ich dich endlich? Ja. Ja. Geht doch. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach, nein. Wo muss ich denn lang? Hier lang? Ich bin jetzt weg. Ich bin jetzt weg. Ich bin jetzt weg. Ich bin jetzt weg. Ach, das muss ich denn hin. Ach. Das ist die Munitionsgebühr. Gut. Ich bin jetzt weg. Ich bin jetzt weg. Ich bin jetzt weg. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Oh, da unten. Das Feuer ist weg. Leute, ich habe ihn vorbekommen. Was, verbreche mich? Ich werde ihn vorbekommen. So, das kann man ihn nehmen. Wo ist der Helikopter? Er ist gespeichert. Unterwegs. Problämmen mit russischen Jets. Die Amerikaner kommen näher. Ja. Seid ihr uns? Kommen Sie nach vorne. Wo, 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 wo. Wo, wo, wo. Er ist in Deckung. Wieso bleibt der nicht in Deckung, Mann? Hm. Gut, 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 gut. Er ist mal hier. Kann der mich treffen? So, ich gehe jetzt nicht hin. Ich komme von hinten aus. Drecksack. So, lass mich durch. Ich bin hier bereit. W у 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 Okay, ruhig vor, ruhig vor. Natürlich, natürlich! Scheiße. Drei Stück? Drei Stück. Drei Stück. Shit. Was für ein Fail der gerade. Scheiße. Und ich darf doch mal von hinten angreifen. Machen wir das. Ich schiebe ja so die ganzen Kartons hier weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Wieso schnippst du dich einfach? Dreck sack. Das ist von allem. Es geht durch. Oh. Ah, ok. Geht doch. Geht doch. Ok, meine Güte. Was ist das hier für... Geht doch. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Ich bin dabei. Ah, sind alle tot. Okay, okay, okay. Was, ich? Achso, ich muss hoch, alles klar. Gut. Okay. Alter, ALTER! Shit, fucking car! So, irgendwo jetzt war's nicht weg. Ach, hab ich ja gar nicht gesehen. Scheiße! Ah, nicht schon wieder von vorne, bitte nicht. Doch, ich muss wieder von vorne. Kyrill, ich weiß nicht, dass ich ein anderer fang habe. Ja. Wir sind in der Kunde, nach rechts. Ach nö, ey, was ist denn jetzt los? Mann! Auf ein neues! Okay, hallo? Schau! Kirill! Jetzt ist hier zurück und holen! Was? Seid ihr das? Schau! 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 Doch. Geht doch. Wie ziehen wir Schuss? Würdest du mich verarschen? Das steht doch da. Also, hier oder so. Hier ist es eine Granate. Ah, mein Gott, mein Gott, mein Gott! Ah, da, 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 da! Nimm mal dabei! Ja, dumm ich auch. Okay, nimm mal los. Ah, Mann. Alles? Okay. Okay, die Treppe hoch. So, bleib hier! Ok, wir versuchen den Schaden zu schützen. Schöne! 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 Einige Makrele! Wie soll ich das machen? Schöne! So, du bist weg! Oder nicht? Du bist weg! Du bist weg! Ey, was?! Nö, nicht schon wieder! So, mehr Konzentration ist gefragt. So, ich schalte die jetzt hier so alle aus. Scheiße, scheiße, scheiße! Du bist weg! Hör auf zu schreiben. Wie so eine Memme. Soda! Möte Person, schwungu, muUNs jednak aufbauen! Soda! Soda! So, das kennen wir ja mittlerweile alles. Dann wollen wir mal. Nein! Ey, was hat der mich gemessert, die Sau? Oh, ach nö. Man merkt, dass es zum Schluss hingeht. Die Mission ist kaum zu packen. Und nochmal das Ganze. So. So. Und? Und hat einer überlegt. Nö. Ich hab kein Bock mehr auf diese Mission. So. So. Und ich glaube damit endet die Aufnahme. Also bis gleich.